Hallo und Herzlich Willkommen liebe Spaßfahrende auf meinem Kanal. Ich begrüße mich recht herzlich zu meinem Weg des Fahrlehrers zur Folge Nummer 8. Heute sind wir zum ersten Mal, weil es wieder halbwegs passt, am Motorradplatz, wo ich selber ausfahren werde, wo mir das gezeigt wird, wie ich das mit den Schülern zu handhaben habe. Und im Hintergrund 16, 1, 2 und nur einmal da ganz hinter mir steht nur einmal eine, gerade ich stehe jetzt ein bisschen blöd da, weil ich die Kennzeichen verdecken möchte aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, wir werden heute mal nachschauen, am 25.05. Wir werden heute eine Ausfahrt machen. Uns wird heute das Platzprogramm zeigen, wie ich und der Marion, von unserem Ausbildner, von Axel. Und dann werden wir, schätze, wie ich das verstanden habe, eine kleine Ausfahrt machen. Und ich werde uns jetzt sagen, auf etwas, was wir nicht aufpassen müssen, wenn man mit einem Schülern fährt. Entschuldigung in den Augen und weil ich keine Repulkappe aufhabe, ich weiß, das ist normalerweise untypisch für mich, weil wenn ich solche Videos mache, habe ich meistens mein allgeliebtes Repulkappe auf. Aber ich habe es heute daheim leider liegen lassen, weil ich einen Sturzwerk mitgenommen habe. Und der Sturzwerk ist echt besser, auf den Kopf zu tragen mit dem Motorradfahren, als wie eine Käppe. Ja, ich wollte jetzt gerade einmal so ein kurzes Video machen, wie es ausschaut. So, jetzt ist nun der ganze Autoparcours aufgebaut mit der Reversiergasse, parallel Einparken. Da hinten ist die Garage und dann in meiner Übersicht die weißen Stangen da hinten. Bis zum Schluss, wo zwei stehen, das ist dann Slalomontor. Das ist so ein Parcours. Für dir was interessiert, was in Österreich die Schüler fahren müssen, bevor sie nachher mit dem Prüfer auf die Straße fahren dürfen. Ja, das ist jetzt eigentlich so, im Großen und Ganzen das gewesen, was ich in dem heutigen Video mal so erzählen möchte. In vier Wochen ist Prüfung. Ich hoffe, dass ich es wacke. Und sonst probieren wir es halt im Juli noch einmal. Es ist richtig viel Stoff zum Lernen. Ich habe jetzt das ganze Buch und alles schon zusammengefasst auf so viele Karteikarten und das Buch ist so. Also ich habe das Wichtigste jetzt zusammengefasst auf das Auto und Motorradl, auf so viel. Aber es kommen halt dann nur so auch Sachen dazu, wie neue Novellen und neue Verkehrsschilder, was jetzt dann raus sind zu dem Zeitpunkt schon oder nur außer Kämmern. Es ist halt auch viel Erklärungsbedarf, wie man es am Prüfer richtig erklärt, das fordert viel Schreibkram. Aber ich bin zuversichtlich, der Axel ist auch zuversichtlich. Also werden wir sagen, wir packen das schon. Und sonst geht es halt einen Monat länger. Na gut, ich wünsche Ihnen was, ich werde jetzt noch auf die zwei warten. Ich bin der Erste hier am Platz, deswegen mache ich gleich im nächsten Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß an diesem Projekt. Mein Spaß ist, ich werde mir wahrscheinlich auch in die nächste Motorrad kaufen. Wer darüber ein Video sehen möchte, kann man es auch gerne unten in die Kommentare schreiben, für was, dass ich mich dann entscheide. Oder ihr könnt es selber raten, für was, dass ich mich entscheide. Ich bin zwar ein Harley-Fan, aber wenn die Geldtasche sagt so Harley, nein, nein. Also wird es was anderes werden, aber es wird ein Chopper werden. Jetzt könnt ihr mal so ein bisschen spekulieren, wenn es so jetzt in die Kommentare, was ich mir kaufen werde. Oder vielleicht ist einer von euch dabei, der schon langjähriger Motorradfahrer ist. Vielleicht empfiehlt er mir auch was. Und wenn ich es dann freigib, vielleicht liess ich es ja noch. Vielleicht habe ich bis dahin schon eine. Aber ihr könnt es ja gerne machen. Na gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier das Video. Bleibt mir gewogen, meine lieben Spaßfreunde. Und vor allem, was viel, viel wichtiger ist. Bleibt mir gesund und fahrt mit Hirn auf der Straße. Passt auf die anderen auf, passt auf Einkauf. Das ist viel, viel wichtiger. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.